Dritter und letzter Teilnehmer in dieser Prüfung, Springpferdeprüfung der Klasse A, um den Preis der Versicherungsagenturen Bernd Klausingspringer und Maid Stuhlemmer Kalbana. Das ist jetzt die 176 Erbstkönigin, vierjährige Tochter des Kasparov aus seiner Mutter von Matador aus der Zucht und in Besitz von Renate Steiner, präsentiert von Ulrike Schmidt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fehlerfreie Runde.